Ich melde grundsätzlich die Schülerinnen und Schüler für die Fahrprüfung an. Warum? Ich frage in der ersten Stunde, an welchem Tag kannst du nicht an die Prüfung gehen? Das notiere ich. Und dann kann ich eine Schülerin einfach geheime an die Prüfung anmelden, wenn wir so weit sind und gut gehen können. Es kann aber sein, dass der Mensch krank ist, dass der Mensch verletzt war, dass er so einen Stress hatte, dass er gar keine Fahrstunde hatte, dann gehe ich natürlich nicht mit ihm an die Prüfung, sondern mit einer negativen Hand. Das bringt es nicht. Dann gebe ich vielleicht den freien Termin jemand anderem, wo ich sehe, der ist jetzt aber plötzlich her, der hat Gas gegeben, der ist so weit. Also da muss ich ein bisschen jonglieren mit diesen Prüfungsterminen, so dass es dann auch gut kommt an der Prüfung. Das ist das Hauptziel eigentlich.